Willkommen zurück zu Let's Play Dead Rising 4. Ich werde direkt von Zombies angegriffen. Und irgendwer braucht Hilfe. Ich weiß nicht, warum ich hier gespawned bin. Wir haben doch eigentlich in dem Panikraum aufgehört. Aber anscheinend waren wir hier noch nicht drin. Also, hallo. Ja, hau ab. Kultistenschwert, Sturmgewehr. Dann nehmen wir das LMG lieber mit. Da ist doch mal so ein Zapperteil. Das töte ich jetzt mal aus. Dann holen wir uns auch direkt den Bauplan hier gegenüber. Na gut, war eigentlich klar. Das glaube ich mir das vorgestellt. Boogie Golf Monster. Das können wir aus den Teilen hier dann bauen. Boogie Golf Monster. Kann ich Golfmelde schießen? Ja. Oh, ich habe sogar so ein Klingeln. So ein Messer. War die Karte billig. Nein, nicht raus. Achso, das sind keine Messer. Das sind... ...Golfschläger. Ja, ja gut. Mit Messern dran. Angreifen. Hallo. Das war einfach. Hier vorne ist noch irgendwo ein Bauplan. Hier liegt er. Schwebende Laterne. Was ist das denn? Weg. Und. Fluch. Fahrerflucht! Fahrerflucht begehe ich gerade. So, dort vorne ist irgendwo noch ein Schlüssel. Was ist das denn? Schlitten, wo ich gerade reinfahre? Oh, hä? Diese Zombies sind jetzt auch hier. In der Mall. Dann mache ich das einfach mal so. So. Sei erlöst, mein Freund. Und dann unten ist noch einer. Hallo. Und. Gut. Hier hinten soll er ja da nicht. Nein, da drin nicht. Hier hinten auch nicht. Hier drin aber. Auch nix. Jetzt sogar ein Graffiti. Hier hinten, hier kommt ein Zombie. Du bist mir eine Notiz wert. Ich hab's. Okay, ich hab's. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Ich renne nicht mehr hier raus. Geht mir einfach aus dem Weg. Ich will hier raus. Gut, dann steigen wir da wieder ein. Und dann. Proben wir uns diesen Bauplan mal. Weil der so außerhalb ist. Event in der Nähe. Wo ist denn das Event? Hier ist kein Event in der Nähe. Das ist ja nicht anders gewollt. Oh, das macht 500. Warum war da so viel? Da liegt auch noch was. Nochmal 100. Hier vorne in der Mitte. Dann steige ich kurz mal aus. Der soll irgendwann ein Schlüssel sein. Da vorne liegt er. Und hier vorne. Gehört der irgendwo rein. Nein, geh doch nicht raus. Der Frank West wieder raus. Hier in die Zombiemenge. Okay, da ist es nicht. Aua. Da. So. Panikraum gefunden, gefunden. Was kann ich denn dafür wegpacken, er hat das hier. Nehme ich noch mal ein neues LMG mit. Die Weihnachtskugelkanonen lasse ich mal dort liegen. Der Bauplan, der ist dort hinten irgendwo. Ich brauche Hilfe! Das kann gar nicht gut. Nein, ich verpiss mich hier! Ich mach das nicht aus Gesundheitsgründen! Scheiße, ich hau ab! Ja, mach das. War der hier nicht in so einem Käfig drin? Ja, dafür habe ich den Schlüssel nicht. Nein. Gut, dann werden wir das wohl jetzt noch nicht holen. Aber irgendwann haben wir da auch schon den Schlüssel. Ich werde mich hier einmal ganz kurz umgucken. Ich glaube, in diesem Zelt waren wir damals nicht drin. Äh, naja. So ein Riesenschlüssel dort in der Mitte vom Tisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dort nicht drin waren. Ähm. Gut, was haben wir denn hier? Klingenfeuerwerk. Das dürfte interessant werden. Das dürfte interessant werden. Propangas, Flasche und Messer. Messer. Nicht übel. Ja. Sieht gut aus. Gut, dann nehmen wir mal den Säurehammer jetzt. Und als nächstes geht es dort oben hin. Zu diesem Panikraumschlüssel. Und dann fahren wir hier einmal lang. Dem Schlüssel dann hier zum Bauplan. Und dann geht es da runter zu den Sachen. Und dann halt dort unten hin. Und dann geht es wieder zum Schutzbunker. Also wir werden jetzt einmal im Kreis fahren. Ich hoffe mal, dass wir das alles in dieser Folge schaffen. Das ist super. Ich möchte einmal ganz kurz gucken jetzt, wie die Prüfungen. Wo sind denn die? Ja gut, das hier sind die Sachen, denke ich mal. Ja, da steht ja Prüfungen. Was ist das hier eigentlich? Alles. Achso, das sind die Prüfungen. Ups. Ähm, gut. Mach ein Capcom Homage. Homage. Keine Ahnung. Foto beliebiger Qualität. Mache in der Kategorie Zerstörung ein Rang B Foto. Rang S. Rang S. Rang S. Eine Horror. Kampf. Okay, das ist wirklich sehr viel. Hier. Hier. Hier ist wirklich ein Schlüssel, den wir übersehen haben. Okay. 250.000 Zombies sollen wir töten. Also ich weiß ja nicht, ob es irgendwie eine Mission gibt, wo man, äh, weiß ich nicht, 200.000 Zombies umbringt, aber ich habe gerade mal 11.000. Ah, toll, das ist sie bei mir. Gut, dann haben wir nach oben. Auf **** Wo hin jetzt? Rage hier Hilfe! Ach! Ja Ja Ich hab mich hier aber auch beim letzten Mal nicht wirklich gut umgeguckt. Hä? Ja toll, das hab ich ja auch beim letzten Mal das hab ich ja auch einfach übersehen. Spezial. Ha, interessant hab ich. Fickt euch doch selbst! Ah, nehmt den Links auch noch mit drauf. Ja. Das sieht interessant aus. Nein, geh jetzt weg. Ich will dich noch beim Leben lassen. Ich möchte einfach ganz kurz nach oben. Nein! Nein! Alter... ... ... Ich will doch nur... ... Aber ich glaube es gibt auch bessere Situationen... ... 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 Schafft das? Nein, ich hasse dich, Frank. Geh mir aus dem Weg. Du nervst. Gut, wir werden es, denke ich mal, nicht schaffen, in dieser Folge im Kreis zu fahren. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt schaffe ich den Sprung nicht mal mehr. Das führts auf. Jetzt schaff es endlich. Danke. Du warst auch nur noch einen Schuss drin? Wer ist da jetzt runtergefallen, Frank? Ich will doch einfach nur diesen scheiß Schlüssel von da vorne. Kann doch jetzt nicht so schwer sein. Das ist ein neuer Säurehammer. Wo ist denn der jetzt? Da. Ey. Bist du? So. Ja, gut. Ich kann jetzt hier kurz rein. Außerhalb des Rahmens. Ich stehe genau davor. Hier lebt leider auch keiner mehr. Ein Scherben, toll. Hä? Ein Laserschwert? Ich habe ein Laserschwert. Oh. Ich habe ein Laserschwert. Okay, Lieblingswaffe im Spiel gefunden. Aber ich will das jetzt auch nicht direkt leer machen. So, dann fahren wir da jetzt hin. Dem Überlebenden helfe ich doch gerne. Einmal. Ich helfe doch schon. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ah, Stufe 5. Okay, wir haben da jetzt alles. Merk passt da und ich reinnehme den Bunker. Auf den Klo, toll. Das war einfach nicht. Das war einfach nicht. Ich bin gerade vorne. Das war die Scheibe. Sonst haben wir es drin. Blastern von gestern, irgendein Säbel Ja, das Sturmgewehr nehme ich mal mit Dann jetzt zu diesem Bauplan Mir fällt gerade eine über uns, sind ja auch noch Sachen Aber die obere Etage ist kleiner als die untere hier So Golf, die Security, Fahrzeug hier Du solltest vorsichtiger sein Ja, jetzt kommt der Typ da nicht rüber Hier im Käfig, toll Dafür habe ich den Schlüssel immer noch nicht Und ich habe auch keine Ahnung, wo der ist Gut, dann lassen wir das erstmal dort Ich will jetzt hier nicht zu viel unnötig Zeit verschwinden Mache ich aber gerade, weil ich hier nach oben gehe Das kann jetzt nicht wahr sein Dann gehe ich hier raus Dann geht es einmal dort unten hin Den Schlüssel für den Bauplan hinter mir Suchen wir dann möglicherweise Oder mit Sicherheit besser gesagt Im nächsten Part Möchte dort jetzt aber nicht zu lange rumsuchen Was ist denn da drin? Nein Hey Die Kabinen kann ich nicht aufmachen Achso, da Ich habe mich gerade vor dem Schriegelbild erschrocken Oh, hier drin irgendwo Ah, da vorne Nein Mann, ich will doch nur hier die Wand aufmachen Ich hasse dich Ich habe es noch fast geschafft Achso, der ist da drin Okay Da ist noch ein Telefon drin Regenschirmkanone Ich habe es noch nicht aufmachen Aber so Schön, dass Sie uns beim Wiederaufbau helfen wollen Ja, ich bin sozusagen Frischfleisch für die Stadt Oh, sorry Sorry, dass war etwas unpassend Ähm Ja Ein wenig Also, Sie haben bereits fünf Jahre Erfahrung als Tresenkraft Mixologe Mein Gewinnercocktail ist Bier Bio-Ketchup und Krokettengarnierung Oh Mann So, dort vorne ist noch ein Panikraum-Schlüssel. Überleben, da wird angegriffen, ja. Da. Ja, nimm auf. Schreck! Pack den Basement-Schläger weg. So, sobald es oben rechts das nächste Mal speichert, werde ich den Partner erstmal beenden. Ah, hier wird es nicht sein, dann hier. Ja. Ich brauche Hilfe! Ach, hier waren wir doch schon öfters mal. Hallo. Danke, Mann! Bitte. Jetzt hau ab. Das ist zu viel! Sauerer Regen. Sonst ist hier unten nichts. Ich will nicht sterben! Gut, dann weiß ich jetzt nicht, ob es gespeichert hat, dann machen wir aber das hier trotzdem, dann machen wir das hier nochmal kurz. Hauen wir hier mal, wenn es gehen würde. Da hauen wir jetzt mal alle Punkte rein in die Sachen hier. Oder da oben noch. So. Ich brauche hier Hilfe! Könnt ihr gespeichert haben. Hilfe! Gut, aber hier beende ich dann jetzt erstmal den Part. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020